Hi, ich bin Christoph. Ich bin der Herr Niklas. Wir sind beide bei den Grünen in Wülfrath und wir wollen dir kurz erklären, warum wir meinen, dass du wählen gehen solltest. Weil du jetzt endlich selbst entscheiden darfst. Dein ganzes bisheriges Leben haben andere für dich entschieden und die Welt so geformt, wie sie heute ist. Jetzt bist du an der Reihe. Wir können dich jetzt mit einer Liste von Gründen, aus denen du wählen gehen sollst, langweilen. Es gibt einige davon. Stattdessen erzählen wir dir lieber, was wir Grüne für dich tun wollen. Wir fordern Orte zum Abhängen, auch für die Abendstunden. Orte, an denen du mit deinen Freunden gerne auch mal länger zusammensitzt. Ich könnte mir hier zum Beispiel einen Skateplatz vorstellen, mit einer Hütte, mit einer Liegewiese, genug Platz für alle, dass auch verschiedene Gruppen sich aus dem Weg gehen können. Wir fordern einen Jugendrat. So kannst du deine Interessen selbst im Rathaus vertreten, denn niemand kennt deine Wünsche und deine Bedürfnisse besser als du selbst. Wir fordern moderne, digitale Ausstattung in der Schule. Denn wie soll dich eine analoge Schule auf das digitale Berufsleben von morgen vorbereiten? Wir setzen uns ein für die Ansiedlung zukunftsorientierter Unternehmen und Startups, für zukunftsorientierte Ausbildungsplätze, damit du für deine Ausbildung in der IT nicht nach Düsseldorf pendeln musst. Außerdem fordern wir eine gute ÖPNV-Anbindung an die naheliegenden Großstädte, vor allem Düsseldorf, damit auch du deine Freunde von außerhalb treffen kannst. Eine weitere Sache, die wir fordern, sind vollflächige Breitbandinternetzugänge und angemessene Downloadraten und niedrige Latenzen für dich, damit auch ein Netflix-Stream deine Leitung nicht in die Knie zwingt. Wir wollen auch Pride-Aktionen mit dir und deinen Freunden machen und eine Regenbogenfahre als Zeichen der Solidarität am Rathaus aufhängen. Deswegen solltest du am 13.09. grün wählen. Falls du dafür keine Zeit hast an diesem Tag, ist das kein Problem. Du kannst ganz einfach den QR-Code auf deinen Wahlunterlagen scannen und von zu Hause aus bequem wählen. Unterstützt du uns jetzt mit deiner Stimme, damit wir die grünen Themen ins Rathaus bringen können. . . . . Untertitelung des ZDF, 2020